Darf man Vögel essen? Was verstehst du jetzt unter Vogel? Unter einem Adler oder einem normalen Vogel? Ein normalen Vogel. Der Adler ist ein bisschen gefährlicher. Der wird ja dich essen. Ja, man darf Vögel essen. Man darf Vögel essen. Auch sehr lecker, aber nichts dran. Ich empfehle euch immer Tiere, wo etwas dran ist. Ja, man darf Vögel essen.